Ich freue mich, in der Magenta Lounge Dylan Ossetkowski begrüßen zu dürfen, der Mann, der ja mittlerweile und hier bei diesem Turnier für Ratio Farm Ulm spielt. Dylan, willkommen. Schön, dich hier zu haben. Danke, danke. Jeder spricht über etwas, was auf dem Kopf ist, den Haarstyl. Du hast es gerade gerade geändert. Wann hat das passiert und warum hat das passiert? Wenn es passiert ist, habe ich letzte Nacht geblieben. Ich wachse am Morgen und habe einfach so gewonnen. Ich bin nicht sicher, was passiert, fast wie Magik. Was? Nein, die Bremse sind ein bisschen schrecklich. Obwohl, sie spielen ein paar Spiele. Ich muss endlich ein bisschen waschen. Ich habe sie raus und habe es ein bisschen geändert. Es ist lustig, wenn man mit einigen Leuten hier spricht. Viele von ihnen sagen, dieser Mann ist ein verrückter Mann. Ist das wahr? Absolut. Ich denke, es ist toll, dass die Leute an meine Haare, an meine Nähle, an meine Schuhe. Die Leute schauen auf alles. Sie schauen auf der anderen Seite und denken, dass dieser Mann ist verrückter Mann. Sie denken, dass er seine Haare ist. Ich liebe das. Ich bin ein junger Mann. Ich bin ein professioneller Basketballer. Ich bin ein junger Mann. 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 für Göttingen? Hat das nicht immer wieder aufgefallen? Ja, das ist ein guter Punkt. Aber niemand hat das gemacht. Myself, Ulm und Göttingen haben wir das erste Mal gewonnen. Und jetzt zu spielen mit Ulm in diesem Tournament bringt eine unique Perspektive, auf zwei Teams und jetzt zu Ende mit einem anderen Team. Wie ist es mental, mit einem anderen Geräten? Oder ist es jemand, der dich verwendet hat? Es ist unig, zu sagen, zu sein, zu sein, mit einem Team, mit einem ganzen Saison zusammen. Und in meiner Position, jetzt in einem Tournament, in den Spiel, muss ich sein, zu sein, zu sein, zu sein. und das Team nicht auf mich aufpassen. Und das ist meine Persönlichkeit, zu sein, zu sein Team-Spieler und zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, Es ist manchmal schwierig, aber mit meiner Persönlichkeit und meinem Charakter ist es sehr einfach. Du hast den deutschen Passport. Das ist ziemlich cool. Du hast schon gesagt, dass du für den deutschen National Team Warum nicht? Aber hast du mit der Federation gesprochen? Hat er noch keinen Kontakt? Nein, noch nicht. Vielleicht haben sie das Interview gesehen, und sie sagten, Dylan möchte auf dem National Team spielen, lass uns ihn rauskommen. Danke, Dylan. Danke. Thanks a lot.